Lieber Vertriebspartner, gerne lade ich Sie ein zum Workshop Besondere Werte gut versichert, insbesondere dann, wenn Sie es auch in der Tagesarbeit mit den gehobenen Privatkunden zu tun haben. Gehobene Privatkunden haben natürlich einen gewissen Anspruch, den wir im Rahmen unserer Produkte erfüllen. Klassische Allgefahrenversicherung, wirklich sehr sehr gut. Drüber hinausgehend noch Netzwerke und Dienstleistungen. Seien Sie gespannt, dass die Hiscox alles Neues in petto hat und am Ende des Tages werden Sie natürlich über interessante Schadenbeispiele unterrichtet, was auch tatsächlich passieren kann und wofür Hiscox Ihre Kunden unterstützt. Also schauen Sie rein, don't miss it!